wir sind wieder da mit der 281 folge battle for azeroth bodo was ist dein erstes fazit nach fast fünf level einem gebiet und einem dann ich bin noch nicht so begeistert wie von dem legend teil was questen angeht ja holt mich auch noch nicht ab muss sagen einfach einfach die geschichten die erzählt werden waren ein lied schon deutlich geiler absolut weiß nicht ob das besser wird wir haben jetzt die wahl zwischen dem tierer gadesund und drust war wir haben uns für den tierer gadesund entschieden denn wir müssen kathrin prachtmehr davon überzeugen dass kult ihrer sich der allianz anschließen muss denn das scheint zumindest um die proud moore storyline zu gehen in diesem geschichtsstrang also wenn der nix wird jetzt weiß ich warum dein herz von azeroth azeroth ja weiter war weil er wollte diese kriegs dinger da schon abgegeben hast du hast eine quest mehr erfüllt die 500 von diesen punkten gegeben hat das kann sein ich könnte es kann sein mittlerweile auf 233 gegenstand stufe kaputt ist nur noch zehn höher oder so aber ich habe 247 15 an also das liegt daran dass ich hier noch so eine relativ erbärmliche schulterstück mit 153 habe weil ich krieg sich ersetzt ich kriege aber keine schulter das ist dann wohl einfach so so wenn man willst du feuer findst pistole auf dem wasserfass im büro des hafenmeisters ab warum sollte man sowas tun gesandter gebt unseren skeptikern hier mal eine kleine demonstration loki an einfach so gebracht 5000 punkte für nichts tun was soll es so gasten was mit carsten recht mit kassens am osthafen nehmen die fähre von willi am handelwindsmarkt okay also da muss ich sagen warte mal das wollte ich eigentlich dieses pulle ist zu viel was fast was warum habe ich plötzlich pilger schrift rollen nur vier von zwölf gerade eben noch klugschweißerisch behauptet du hättest schon sechs kann man die verkaufen aussehen nein aber es gibt gefakte schrift rollen gefakte das kann sein ich hatte nämlich sechs und da waren wahrscheinlich nur vier echt davon okay dann aber meint noch nichts gesagt also hast du jetzt auch zwei quäste ich das richtig ja nee ich habe nur eine nimmt die fähre zum osthafen ja dann habe ich noch die mit den schrift rollen und dann noch so eine andere ja blend die halt mal aus blend die halt mal aus anführer wait was man osthafen bei mir ist ein fucking schlachtzug mitten in der stadt ist klar nee ich will die küsse gar nicht ich wo müssen wir hin da unten ganz ehrlich so schnell wie diese fähre unterwegs ist ja würde ich die beiden fährleute hier in den krieg schicken die müssen oberarme wie stiere haben vielleicht haben sie die ja auch haben wir da unten noch nichts ach du schwimmst drüber nö also ich nehme die fähre welche fähre war das ja mit willi dem fährmeister und der ist wo am fährableger und wo war das da ganz oben rechts irgendwo unten am wasser halt nicht beim flugmeister das klingt einleuchtend aber da bringt mich nur was zurück nach sturmwind nö nö na, sagt er nö die fähre hat mein ganzes schiff doch muss man richtig gucken da ich glaub ich glaube das boke verarscht mich das kleine paddelboot Ich seh Willi, ich seh Willi Das siehst du doch schau dir mal an wie schnell das Ding unterwegs ist ja schau dir die arme mal an eine frauenussianer oder bisschen was schneller k rit In der Tat, ja. Schau, Gleichberechtigung. Mann und Frau sind sehr schnell. Was die mit einem Zug rausholen. Mit einem Paddelzug. Das ist echt Aschenwind-Dogs. Irre. Richtige Biester. So. So, mal gucken, was für... Wir haben sieben Handlungsstränge hier, by the way. Ich schille, gebe keinen Tisch mehr ab, wenn wir damit weg sind. Dauert der Schose nicht mehr. Groß, ist denn dieses Gebiet, das wir hier so lange durch... Ja, das ist ewig... Ewig unterwegs. Krass. Und dabei sind die schon so schnell. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nach diesem WB-Marathon... Auf jeden Fall... Garantiert eine Woche lang... Nur ein Controller-Spiel spielen werde. Und meine Ellenbugs entlasten. Absurd. Was witzig ist, weil ich habe diese Armlehnen erst letztens ersetzen müssen. Ich hatte mal andere, die Original von Noble Chair. Und die waren super weich. Da konntest du wirklich das Ding ablehnen, wie du wolltest. Aber das war dementsprechend... Das war so zerrubt. Ich musste sie ersetzen mit neuen. Und die sind steinhard. Jetzt könnte ich übelst kotzen. Aber... Willst du machen, ne? Weiche kaufen? Gibt's nicht mehr. Gab's gerade nicht mehr, was weiß ich. Hallo, Olivia. Ich habe alle Quests. So, ich warte hier. Schick die Kinder hier auf die Bestzeit. Schick die Kinder los. Ja, Bodo. Ich bin auch quasi gleich da. Jetzt. Und da gibt's mehr Quests. Freut mich. Ja, hier gibt's noch einen Quest-Aushang quasi. Ach, gesucht quasi. Na, nicht ganz, aber... Ich wollte gerade sagen, warum sollte denn im gegnerischen Gebiet so einen Zettel hängen? Seebärenkekse. Seebärenkekse. Oh, jetzt so einen Keks in unseren Drink reintunken? Dann hätte ich schon gefeiert. Okay. Nicht. Mir ist jetzt nicht so nach Keksen. Ich bin enttäuscht. Aber diese Priscilla Aschewind ist ja die alte, die mit der Königin rumhängt, ne? Das ist die mit diesem Edelstein um den Hals. Ja, genau. Ja, der sieht jetzt nicht so aus wie... Ich glaube, das täuscht massiv. Ich würde gerne mal wissen, um was es bei diesen Kristallen geht, weißt du? Ja. Wir haben Ende Legion den Cliffhanger mit diesen Kristallen gemacht. Und es ist einfach... Vor allem gab's nichts davon. Wissen wir darüber. In Legion gab's doch aber auch in den Queststrängen mehr Szenen. Szener Medics. Ja. Da hast du vielleicht recht. Oder nicht? Absolut. Wie viel haben wir hier gesehen? Also hier... Gefühlt er nämlich an gar keine. Ja. Also welche, die eine Story erzählt hat? Eigentlich nicht, ja. Also da hast du wohl schon recht. Ich sag ja so storytechnisch... Das passiert hier absolut gar nichts. Ich würde halt wirklich gerne mal wissen, was mit diesen Splissen aussichert. Warum greift mich ein Geißelarbeiter an? Was ist mit ihm? Hallo, die sind... Okay, dann habe ich Angriffen. Das ist schon irgendwie blöd. Weil dafür will ich es eigentlich spielen, ne? Was ist denn jetzt damit? Muss ich endlich mal... Ne? Ah. Falscher Ort, falsche Zeit, Partner. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Troffen oder was? Aber wenn wir es richtig gut hinkriegen, Bodo, ja... Dann könnten wir schauen, dass wir in der 300. Episode ein Raid tatsächlich schaffen. Und irgendwie gegen Ensos kämpfen. Das wäre also das ultimative Finale einfach für das ganze Projekt. Wenn wir den dritten alten Gott töten. So geil. Das müssen wir bestimmt nicht für üben. Das machen wir first try. Ah, wenn wir hier... Mystisch plus. Sie ist halt wieder ins Lächerliche. So LFR und kein Mensch interessiert. Hauptsache gesehen. Ob wir hier Progress raiden. EU first. Ne. Der Zug ist schon abgefahren. Wie? Ich glaube... Wir brauchen keine fünf Jahre, um das durchzuspielen? Ne. Die Zeiten sind vorbei. Wie lange hat es gedauert? Ich glaube, drei Tage. Drei Tage. Gebt diesem Verrusteten in den Sporen. Dann lag der. Irgendwie habe ich hier... Woran liegt das, dass es so schnell geht? Sind die Leute einfach heißer, die Ersten zu sein? Oder sind die Raids mittlerweile so einfach? Na ja, es ist eine Mischung aus beiden. Die Leute sind halt einfach mittlerweile so viele Jahre WoW-Erfahrung, dass sie halt nicht mehr so lange Zeit dafür benötigen, dass... Da kannst du gar keinen Boss auspacken, der irgendwie überraschend ist. Ja, da gab es schon so einige, aber da hat sich die Community dann heftig beschwert, weil die... Blizzard hat halt auch etliche Bosse teilweise unfair gestaltet, damit sie eben lange hängen. Aber wenn halt die ganzen Progress Raider, die wirklich Ahnung davon haben, sagen... Ey, Kollegen, ne? Der geht so nicht. Der müsste was machen. Ja, dann nerven die es auch. Schuftendes Straßenkind. Was machen wir eigentlich mit den Kindern die ganze Zeit? Ah, schuftendes Kind befreit. Okay, dann brauchen wir... noch Waren untersuchen und noch eine Nachricht einsammeln. Wofür habe ich eigentlich dieses Schwert genommen? Markierte Ware-Untersuchung. Hier oben ist auf jeden Fall noch nur die letzte Ware und du musst hier dann zum Looten herkommen, um den Brief einzusammeln wahrscheinlich. Ich bin da. Ich bin fast hinter dir. Zählt die für mich mit? Wahrscheinlich, ne? Ja. So, und die Nachricht hast du auch nicht, hast du gesagt, ne? Hä? Ne, die Nachricht droppt er hier jetzt. Ach, der droppt er. Okay. Ja, dann sind wir doch fertig. Hier kommt wenigstens ein bisschen Story, weil sie wenigstens kommuniziert während der Questline mit uns. Ihren ausgezeichnetes Pulver versorgt sie mit genug veredeltem Azerit oder ich finde jemanden, der es kann. Ja, oben ist wahrscheinlich wirklich besser. Wo der Bodo hingeht. Wo der Bodo ist ja mit Trick 17 hochgekommen. Was? Ne, ich sag, du bist hier mit Trick 17 hochgesprungen. Ja, da am Rand halt. Ey, du bist schon so ein kleiner Super Mario, oder? Ja. Rundhaven. Alles klar. Gibt's extrem viel... So, der erste Zweig ist durch. Powerplay. Powerplay. Vielleicht hätten wir uns in der Stadt mal umgucken sollen, zwölks den Berufen, wie das System hier funktioniert. Ja, das kann man dann immer noch machen. Du, aber Powerplay, ne? Keine Viertelstunde jetzt. Let's go. Pushen wir uns nochmal, ne? Jetzt ist so langsam Nacht. Jetzt werden wir wach. Jetzt werden wir wach. Vielleicht kommt noch der erste Energy Drink. Yes. Und dann geht die Lutz hier richtig ab. So, was ist hier jetzt noch? Also, ich sammle hier... Achso, die Probe hast du wahrscheinlich schon. Ne, genau die hab ich gesucht. Okay, gut. Lockmeisterin, mit der hast du auch schon gesprochen? Ja. Okay. Den Flieger brauch ich noch, und dann kann ich schon ne Quest abgeben. Chemika-Notizen in dem Haus dann hier. Geht als blinder Passagier an Bord der tugendhaften Maid. Okay. Recht mit Finn. Schönwind. Schönwind. Auf geht's. Moment mal, Moment mal. Warum hast du so viele Quests hier? Achso, drei Fragezeichen auf der Map. Okay. Na, los geht's. Captain Spielsong. Captain Speck. Speck? Oh nein. Nein, ihr könnt das andere haben. Falscher Alarm. Ist nur gesurft. Ist nur gesurft. Alles in load, ja. Wo fahren wir denn jetzt hin? Ähm. Runter offensichtlich. Kurs halten, Steuermann. Wartet. Hört ihr das? So schön. Okay, ne? Steuermann, bringt uns raus. Das andere raus. Flachpfeife. Ich bin jetzt ernsthaft irgendwo gegengeknallt. Na, Logo. Jo, wir sind aber wirklich am Arsch der Welt. Das hat 17.000 EP gebracht. Wir sind chillen. Ich sammle jetzt den Scheiß nicht mehr, dass wir zufrieden sind. Heute oder was? Ja. Zählt uns nur vom Progress ab. Was kann ich für euch tun? Wir halten jetzt immer das Meer im Auge. Hier, Hages, wieder Quest. Ja. Quests, of course. Aber mit was? Lauerer, saftiger Lauerer-Schwanz. Du könntest wahrscheinlich diese Quest-Strenge übelst schnell machen, wenn du nichts anderes annimmst, außer immer nur, also immer nur die Mission aktiv hast, die dir um Stranghalt aktiv ist, weißt du? Ja. So könnte man eine Menge Zeit sparen. Gut, dann erlebst du erst recht nichts, aber. Von der Theorie her. Ich meine, ich muss mit denen schon quatschen, sonst bring mir das nix. So, und wer ist da? Sprecht mit Kohldampf-Sören. Oh, guck mal, da ist die Kielsen. Da ist die Kielsen. Hallo. Kielsen. Der ist den Kohldampf-Sören. Ich mach mir ne Flagge aus eurer Pelle. Der ist ja cool. Da unten ist auch noch ne Quest, oder was? Ja, die Kielsen, der Captain. Der Captain. Was denn der? Nein. Oh, und hier ist auch ein Ingen. Nämlich, Freihafen. Den möchte ich auch noch gerne machen. Freihafen klingt super. Okay, ich bin umsonst bin umsonst im Kreis gelaufen. Es geht literally halt da weiter. Klagende Sirenen. Also, ich hab leider meine coole Laterne hab ich wieder abgelegt. Fand sie so cool. Aber ein bisschen zu viel Damage Stopp. Mit der Laterne rumlaufe. Beziehungsweise nur mit der Laterne rumlaufe. Logischerweise. Ich mach jetzt einfach auf meiner Map die Kräutersuche wieder raus. Konzentrier mich jetzt und vielleicht das Ding hier offensichtlich vorerst eh nicht level. Nur Quests jetzt. Jetzt wird gequestet, Bodo. Jetzt. Jetzt. Fang ich an. Vorher war Kinderkram. Das war alles nicht ernst. Getörte Matrosen. Ja, blöd. Oh, die hier droppen den lauerer Schwanz. Ja, die Dicken musst du mit töten. Ich habe zu wenig Mana zwei gefunden. Das ist noch eine Quest. Weil der Dungeon Browser läuft. Oh, wir haben die Instanzgruppe noch nicht mal verlassen. Lol. Okay, so. Das waren alle klagenden Sirenen. Ja. Die Schwänze. Es fehlen noch zwei lauerer Schwänze. Die Tor. Oh, nein, oh. Da sind zwei. Das wird passen. Was müssen wir denn noch alles einsammeln? Das passt natürlich nicht. Damn. Ist das eine Quest? Freigetötet. Kein lauerer Schwanz gefunden. Nee. Ich hänge auch hinterher. Da ist er, der letzte. Die Setan-Quest hast du? Ja. Aber keine Idee, was man damit machen muss. Okay. Finden wir jetzt Penelope und so. Hast du den klagenden Prius schon durchsucht? Nein. Willst du das zuerst machen? Ähm. Keine Ahnung. Ich glaube ja, weil ich hoffe, da noch zwei lauerer zu finden. Ich habe hier einen, falls du willst. Also. Kann ja sein, dass das hier mittlerweile eine Lube für dich drin liegt, weil ich das schon besitze. Oh, Finn kriege ja. Obst du nett. Was geht hier? Lugelia? Lugelia? Ich muss zuerst etwas sagen. Ach, das war auch gekommen. Was? Die Liebe des Lebens getötet? Ja, die Sirene hat ihn verhext. Ach so. Oh, mir fehlen immer noch zwei lauerer. Na ja, aber sonst lasst uns... Sinnroboter fehlt mir noch. Lass uns erst, äh, die Tantenlein tönen. Wenn du mir sagst, wo ich den Sinnroboter finde. So, markiert auf der Karte mit so einem riesigen Kreis. Ach da. So, das sieht aus wie eine Micro-Maschine. Das ist eine fucking Micro-Maschine. Ja, witzig. Also, jetzt die zwei töten, ja? Ja. Ja, nice. Und bin ich mit allen fertig. Bingo! Beide tot. Und... sechs Quests abgeben. Ja, ich muss immer noch... Nee, warte. Oh, ich bin clever, Leute. Ich bin richtig clever. Ich hab einen Ruhestand gesetzt. Richtig intelligent. Oh, was ich jetzt Zeit spare. Ich muss noch töten. Die zwei oder den einen kriegst du wohl noch hin. Ja, die letzten vier haben nichts gedroppt und ich brauch noch zwei. Aber ja. Geht schon. Ich werde es schaffen. Du wirst es schaffen. Was kannst du euch tun? Hier von fünf. Oh, boys. Guckt euch das an, ey. War das eine clevere Idee mit dem... ... ... ... ... Steine. Keine Folgequests? Okay. Erledigt. Oder ich wusste, du schaffst es. Warum muss man denn zwei Quests hier abgeben und warum hast du dich dann geportet? Na ja, weil weil ich mich halt so nach oben gepostet hab, um die hier dann abzugeben. Dann hoffen sie die Feuerwehr da. Drücken! Ich nehm mal lieber die Sondalen. Die hat auch keine Feuergequest, jetzt wird's aber crazy. Kriminell. Das ist wirklich kriminell. Weil wenn die jetzt keine Feuergequest hat, gibt's nix. Feuerquest. Obviously. Von Finn. Oh wait, begleiten. Finn leitet den Shit ja hier. Und so ist das Finn. Ist ein leckerer Kaber, ne? Den kann man trinken. Ja. Ich hab ja gesagt, der Bodo gibt's was Süßes von mir. Links oder rechts? Nee. Definitiv. Rechts. Rechts gehen, ne? Definitiv. Da ist ein Rare rechts, aber gut. Haben wir jetzt keine Zeit. Warum lag der überhaupt da hinten? Na, er wurde doch verzaubert. Ach so. Dann ist er weggerannt, weil wir die Liebe seines Lebens getötet haben. Ja, ja. Ja, ja. Und dann ist er zu... Oh ja, dass er wahrscheinlich gestolpert und dann war er wieder normal. Kein Plan. Es wird genau so passiert sein. Warum hat denn deine Quest? Ich wünschte dich Giftstarren, wenn du schon wieder leh sei. Mit einem absolut seriösen Zweck. Was gibt's Neues? Naja, mein 6. Wir sind da, Finn. Du kannst ruhig losgehen. Kein Stress. Oh mein, der ölt auch die Glieder. Der macht's richtig. Alles andere ist ja auch nicht gesund. Direkt besoffen. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Kuckuck eindeckst du. Der wüsste. Wölfter jetzt noch? Ja, ja. Der tagelt hier so vor sich hin. Das Gefühl, dass ich mittlerweile richtig viel damage mache. Aber gut, dass wir jetzt die Gestaffel tatsächlich nebenbei machen können. Ja. Das ist sehr, sehr angenehm. Ähm, wo ist Finn eigentlich? Vor mir. Bin ich, dass du ihn verloren, weil ich mich mit was anderem beschäftigt hast. Das sehe ich nicht. Ich sehe Finn nicht. Seh ich schon, Bruder. Finn steht immer noch hier hinten, ne? Ich will, dass du einen Quest Reset hast, weil du vielleicht kurz mal irgendwo links abgebogen bist. Der läuft einfach nicht ohne mich. Ja, das ist richtig. Der läuft nicht ohne dich. Das ist auch erstaunlich clever. Diese Giftstachel hier noch elf. Einmal läuft der ohne mich. Aber hey. Ja. Du läufst im Kreis, oder? Hä? Der läuft im Kreis. Ich kann die Giftstachel hier gleich abgeben. Wir sollen doch nach Freihafen. Was ist denn so ein scheiß Problem? Egal. Kann ich die Quest abgeben? Falsch abgewogen. Das habe ich schon mal gesehen. Muss der richtige Weg sein. Einer, du bist einfach komplett besoffen. Ja. Ja. Dreh da oben! Oh! Finn! Was trinkst du? Denn da gib halt wenigstens was ab. Ich laufe jetzt Handschuhen mit den Pfeiertasten. Der Finn irgendwo ist, dauert es eh ewig. So kann man das Spiel auch strecken. Nehmen Sie einfach einen völlig besoffenen Charakter inborn. Da fehlen mir die Worte. Was macht er denn hier? Ja, genau das, Bodo. Was macht er da eigentlich? Ja, er fängt an zu laufen. Ich schätze, mein Kopf ist langsam wieder im Lot. Oh, sein Kopf ist wieder im Lot. Bin ich glücklich. Jetzt rennt er dir wahrscheinlich weg. Naja. Alter, ich will 30.000 an Fahrmispunkte für die Scheiße. Da sind wir. Freihafen. Tatsächlich. Erstmal einen trinken. Wir sind im Freihafen. Boah, Meister. So eine bestechende Logik. Letztes Mal war es rechts, dann muss es ja links sein. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 17.000. Na gut. Ich bin nicht ganz überzeugt, aber... Auf Freihafen. Im Gegensatz zu Boralus gibt es hier keine Gesetze, welche Schiffe anlegen dürfen und welche nicht. Hol. Ist ja offensichtlich auch ein Danden, ne? Hol für einen Schönwind. Was ist geschafft? Ist also eine Rechte. Jetzt bin mir grad nicht sicher, ob Freihafen wahrscheinlich ein guter Dungeon ist, oder nicht. Wenn das von Schiff zu Schiff ist und so ein Scheiß und mit unter Wasser oder... Bisschen nicht mehr unter Wasser. Ihr braucht sich auf jeden Fall was zusammen. Ich wette, an den Docks finden wir mehr Aschenwindwaffen. Wir müssen rausfinden, wer sie kauft. Wir könnten uns ja clevererweise jetzt schon mal für Freihafen anmelden. Schon wieder eine Katze. Dann haben wir bis Ende des Gebiets den Denk gefunden. Du für 15 erreicht, wie... Ich hoffe, der meinten die 115. Was? Du hast du für 15 erreicht? Ich bilde mir ein, dass er gerade auf dem Bild stand, Stufe 15 erreicht. Wahrscheinlich bin ich genauso durch wie Finn. Ich weiß auch nicht. Du musst so viel Kaut trinken. Ich weiß auch nicht, Leute. Lasst den Finn mal nach Hause laufen und wir sehen uns morgen in der nächsten Ausgabe von World of Warcraft.